so jetzt noch mal von vorne bitte ich denke wir brauchen diese kiste ich komme Teddy ich rette dich wo auch immer du steckst Teddy Teddy ich glaube Teddy ertrinkt Teddy no Teddy thank you something's not right we need to find your mother will ich da dann eine Zeichnung was darf uns nicht finden sprich schon sag mir die Oh, sie geht euch hier. Alles gut. Alles gut. Ich hab dich, Terry. Du beschützt mich. Ich beschütz dich. Ja, ne, noch nicht. Da geh ich noch nicht rein. Ohne mich. Okay. Können wir denn... werden es ja irgendwie ausschalten. Das Geräusch ist... ist schrecklich. Wäre noch nice. Wenn wir das könnten. Denn das Geräusch ist schrecklich. Hä? Alter, ich dachte gerade, dort steht jemand. Na ja. Gut. Wir müssen dann wohl weiter. He. Ja. Genau. Alkohol sehr gut für Kinder habe ich gehört mach nicht solche Faxen was was Teddy macht das schon Teddy regelt Autsch Alter Kann ich da hoch? Ja ich kann da hoch Damit hätte jetzt niemand gerechnet Teddy sag doch mal was Teddy Sag was Was soll ich machen? Mann Puh Alte Kann man doch nicht machen mit mir Ich bin alt Ich überlebe das doch nicht Und jetzt Ah Ich weiss schon Kinder sind ja schlau Die können eigentlich alles Alter Alter Muss das so sein? Wer stellt bitte Kleidung so hin? Das aussieht als ob dort jemand stehen würde Mom Mom Muss ich mich eigentlich verstecken? Wenn das sich so anhört Das Spiel sagt mir ja nicht Oh wait Wir müssen ja unsere Mutter finden Komm schon Komm schon Ich brauch den scheiss Stuhl Ich brauch den scheiss Stuhl Ich brauch den scheiss Stuhl Sam Wow Teddy Hilf mir bitte Sag doch was Irgendwas Teddy 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 sagt gar nichts No Ich seh nichts Ich seh absolut gar nichts Was war das? Noch eine Zeichnung? Ich glaube hier geht es irgendwie darum Dass Wohl der Vater Die Mutter schlägt Könnte man was meinen? Anhand der Zeichnungen? Teddy Teddy Braucht dich Teddy Braucht dich Haben wir eine Schwester? Könnte möglich sein Anhand der Zeichnungen? Ja Du weißt Ich werde dir etwas zuvor standen Schmerz Folk Wer Das Von Hann Le Nicht Wo sind wir jetzt hier? Sieht zumindest nach einem Teenager. Siehen wir aus? Da hier alles so auf dem Boden liegt. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Warum? Warum? Kann ich hier einfach hoch? Kann ich? Was? Sie ist nicht hier. Okay. Okay. Die Tür ist bloß aufgegangen. Aber wieso? Was ist hier los? Achso, das ist Mams Tür. Die Uhr tickt. Alter! Come on! Was soll diese Scheiße? Daddy! Daddy! Oh Mann ey! Was? Zum Teufel? Okay. Okay. Hey! Hallo? Look at Mommy's necklace. Can you see our reflection? It's you and me. We used to belong to your grandma. I guess she can't hear us. And she seems so distant. Maybe it's more like... A memory of her? Okay. Wo... Zum Teufels... Aha! Ist das der... Keller? Und wieso sollte ich jetzt hier rein... gehen? Wieso sollte ich das tun? Kargandu. Are you alright? Ja... Kinda. Was ist denn da? Woah... Was ist das Ort? Sag du's mir! Hehehe... Hehehe... Alte... Das Spiel ist irgendwie weird... Sieht doch schön aus... Sieht doch schön aus... Sieht doch schön aus... Ist es lock? Ich könnte es aus... ...bauen, von der innen... ... falls du mir helfen. Woah... Look at this place. Hör, da ist es wieder. Es klingt, wie es kommt von hinter dieser Tür. Da muss man einen Weg öffnen. Es scheint, dass diese irgendwie verbunden sind. Vielleicht braucht es eine Art Schlüssel. Ist es etwas, das wir nutzen können? Vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob das was bringt. Oh, look! Buttons! Was ist passiert? Warum hat es nicht öffnet? Vielleicht müssen wir beide auf den gleichen Zeit pressen. Okay. Mal schauen, ob wir diese Erinnerungen finden. Wie? Wie? Untertitelung. BR 2018